Wenn Sie unter Umständen Probleme im Netzwerk mit der Performance haben, kann es durchaus auch an Ihrer Hardware liegen oder die Hardware kann auch mit Schuld sein. Und das möchte ich Ihnen jetzt einfach zeigen, wie Sie das herausfinden. In der Systemsteuerung Ihres Rechners finden Sie Netzwerk- und Freigabe-Center. Das klicken Sie bitte an und wählen nun Adapte-Einstellungen ändern. Dann gehen Sie auf Ihre Netzwerkkarte mit der rechten Maustaste und sagen Status. Und Sie sehen, dass die Übertragungsrate dieser Netzwerkkarte 1 GB beträgt. Das ist gut, das ist schnell. Also das heißt, die kann schnell senden und schnell empfangen, also schnell Daten verarbeiten. Jetzt versuche ich einfach mal etwas Praktisches einzuflechten. Wenn ich mit Ihnen rede, dann könnten Sie es wahrscheinlich wesentlich schneller verstehen und empfangen, als ich rede. Und damit will ich Ihnen jetzt genau das symbolisieren, was in unserem Netzwerk hier, das wir simuliert haben, passiert. Ich gehe jetzt hier auf einen anderen Rechner, den ich über TeamViewer jetzt Ihnen darstellen kann. Gehe hier auf Netzwerk- und Adapte-Einstellungen ändern. Gehe auf den Status meiner Netzwerkkarte. Und ich sehe, dass diese hier 100 MBit nur verarbeiten kann. Das heißt, die Pakete, die hier rausgehen, sind wesentlich langsamer, als die andere Karte empfangen könnte. Und mit diesem kleinen Wortspiel verstehen Sie vielleicht, was ich meine. Diese Karte redet langsam und die andere hört, kann aber schnell zuhören und kann auch schnell Daten verarbeiten. Das heißt, die könnte auch schnell reden. Im Klartext, wenn diese Karte schneller wäre, schnell reden könnte, könnte die Kommunikation im Netzwerk auch schneller vonstatten gehen. So, und das ist oftmals der Knackpunkt. Ein Netzwerk ist nur so schnell oder so langsam, wie die langsamste Komponente im Netzwerk ist. In dem Fall ist unser Netzwerk halt einfach, auch wenn es 1000 GB hat, nur 100 MBit groß, wenn dieser Rechner, also dieser Rechner hier stellt ja auch den Server dar. Und das ist jetzt der ausflaggebende Punkt. Dieser Rechner, der mit dem roten Hintergrund hier stellt den Server dar, also das heißt, der schickt nur 100 MBit in der Sekunde raus. Wobei die anderen Rechner 1000 empfangen könnten und verarbeiten könnten. An der Stelle lohnt es sich vielleicht, über die Aufrüstung oder den Austausch Ihrer Netzwerkkarte nachzudenken, für eine Gigabyte-Netzwerkkarte, die in der Regel so zwischen 20 und 40 Euro, so Pi mal Damen, kosten müsste. Ja, und so können Sie Ihr Netzwerk aufrüsten und es wesentlich performanter machen. Ja, und so können Sie mir.